Guten Morgen, liebe Schüler! Guten Morgen, setzen! Ich begrüße euch alle ganz herzlich in unserem neuen Lastzimmer, in unserer neuen Professor-Doktor-Schneider-Grundschule. Ich habe hier schon mal eine Karte aufgehangen, wie ihr seht. Ich kenne aber das. Ich dürfe da aufstehen. Aufstehen. Das machst du mir nicht nochmal, sonst gehst du hier ganz her baden. Oh, wer kommt denn von dort? Das ist nur der Herr Bürgermeister. Einen Moment, liebe Schüler. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Guten Tag, Herr Lehrer. Ja, wie gefällt Ihnen denn die neue Schule? Also ganz gut. Die Schüler sind hochmotiviert beim Lernen in dieser wunderschönen Umgebung. Sehr schön. Und wie gefällt euch denn die neue Schule? Das freut mich. Dann wünsche ich euch alles Gute und maximale Erfolge. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Auf Wiedersehen. Tschüss, Herr Bürgermeister. Wir machen weiter mit unserem Geografie-Unterricht. Und zwar habe ich euch hier eine Karte aufgehangen von unserem schönen Land. So, und weil du vorhin so schön Papier geschmissen hast, darfst du uns gleich mal an der Karte zeigen, wo Birnchen liegt. Das ist hier, Herr Lehrer, bei diesem braunen Fleck in der Nähe von Chemnitz, mitten in unserem schönen Heimatland. Das ist richtig. Du darfst dich wieder setzen. Ich treffe. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie gehen die Bauarbeiten denn voran? Oh, schleppend. Die Naturschützer machen schon wieder Probleme. Ich denke, der Berliner Flughafen ist eher fertig. Oh, woran liegt's denn? Pah. Also hier hat der Kollege im gelben Mantel da irgendeinen seltenen Bornwald Hummer entdeckt. Und darum darf man ja nicht weitermachen. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Hm. Tja. Wir müssen den Hummer verschwenden lassen. Kein Hummer? Kein Problem. Ich glaube, ich habe einen ganzen fetten Hummer. So. Und wie kriegen wir jetzt die zwei hier fort? Schön. Da habe ich eine Idee. Das zeigen wir euch auch. Ich denke, das klappt. Das überzeugt. Kollege, komm mal ran. Was gibt's? Füttermittel. Frische Füttermittel. Und dafür hast du ja nichts gesehen. Machen wir sie. Machen wir sie. Alles klar. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder ein paar Millionen hier versenkt. Ja. Ja. Das ist mein Freund. Ich hatte meinen Freund. Wow, wir müssen arbeiten. Ja, wir müssen arbeiten. Ja, wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten. Guten Morgen. Schülers. Was? Das hat er angefangen. Oh, Gott. Oh Gott. Das machst du mir nicht noch mal, sonst gehst du mir ganz hervor. Ich bin euer Lehrer. Scheiße. Oh, wer kommt denn da? Das ist doch. So, und weil jetzt so schöner Wind geht, machen wir das hier noch mal. Darüber? Ja. Nicht übertreiben. Geld schäffeln. Ja, das ist doch ein Geld, das ist doch ein Geld, das ist doch ein Geld.